Musik Ja hallo, ich bin Tarek, wir sind hier um zu demonstrieren gegen Polizeigewalt, weil es in Deutschland keine Institution gibt, die die Aktion von der Polizei überwacht und das unabhängig untersucht, die können sich gegenseitig decken und das ist Dreck und deswegen sind wir hier, um dagegen zu protestieren. Dieses Jahr ist unser Bruder Slimane draufgegangen, auch durch einen Polizeieinsatz bei uns in Schöneberg. Deswegen sind wir hier aus Schöneberg extra hergekommen und unterstützen die Aktion. Sie haben keine Scheiße über das. Als erstes fordern wir auf jeden Fall, dass jeder Polizeibeamte seinen Namen öffentlich für jeden zu leasbar ist, auf jeden Fall. An dieser Stelle widme ich diesen letzten Gruß an Slimane und Dennis, rest in peace. Jetzt bin ich an der Reihe mit Boba. Okay, ihr seid alle von Dennis und Slimane hier. Deswegen will ich jetzt alle Fäuste in die Luft sehen. Warum sind wir hier? Ich will alle Fäuste sehen. Alle ganz hinten. Wir sind alle aus einem Grund hier. Wir sind die Toten. Hebt die Fäuste mit uns hoch. Fuck the Police! Fuck the! Yeah! Big Boba! Okay! Sie reden, mein Blog, es ist laut überall. Jeder Zweite hier sitzt, wegen Traumüberfall. Mit Visier, der Ermittler jeden Tag kommt in Schweiß. Mein Spiel mit dem Feuer, mit seinem Wort für den Preis. Sieg mal vor, nicht zurück, weil's der Weg gesagt. Mach' ich weiter, wie bis jetzt, wie der Weg ins Graf. Ihr habt nichts zu verlieren, braucht keine Erklärung. Geh' mein Fick auf den Internet, nehm' mein Weg auf den Weg. Das heißt, alles oder was, du musst alleine bestehen. Es gibt kein Wies, kommt nach unten, nur die Scheine, sie zählt. Ich bin der Intensiv-Täter, der dein Arten braucht. Du setzt alles auf deine Karte und der Plan geht auf. Die Gesetze, der Schlosslauch, mit dem Kopf so fährt. Geh' mir täglich aufs Ganze riskieren, kommt gut rein. Und egal, was noch passiert, vorbei ist jetzt die Zeit. Dann wär' ich fast jeden Tag geklappt. Ich steck' schon viel zu lange in der Scheiße drin. Das ist mein Blockreport für den, ja, die Wahrheit ist nicht. Das ist mein Blockreport, 24 Stunden aktiv. Das ist mein Blockreport, wenn wieder ein Bulli hier schießt. Die Kugel, sie fliegt, bis wieder ein Bruder hier liegt. Das ist mein Blockreport für den, ja, die Wahrheit ist nicht. Das ist mein Blockreport, 24 Stunden aktiv. Das ist mein Blockreport, wenn wieder ein Bulli hier schießt. Die Kugel, sie fliegt, bis wieder ein Bruder hier liegt. Untertitelung des ZDF, 2020